hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video in diesem Videospiel Kassel Crash und vor allem für eine Wickelschule auch vollgemachen so gut wie 15 Minuten schon mal Kämpfe dann hätte man Lust auch wenn ich gleich in Arena Streitendrückfall he 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 äh ich bin lieber heute das funktioniert nicht Gegner zu verbinden so oh Gott das ist kein Unwander was gut ähm 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 hallo okay danke spiel oder schwerer r 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 ja r und das ist ein wichtiges Loch wenn die Truppe gehen die einen Gruppen und das ist mehr Applaus Applaus und um wenn es nicht noch ein und und warum nur aber ich bin so okay und schlägst dagegen auch die Schnauze oder auch nicht an ein und er hat die Schnauze um die die und morgen eine Chance um m auch so gut wie funktioniert ein truppe ist natürlich gestorben denn ich habe noch mal kommt ein und gewonnen das war viel zu viel einfach gut gemacht danke mit dem Spiel so nicht zu kommen und und die Stiftung sagt es mir egal ich hoffe euch gefällt auch schon wenn sie durch die Episur diese Folge gefallen etwas lange länger werden sie machen nicht gleich und geschüttelt das sind schon etwas weit gebrochen auch welche auch wohl 8 Uhr benannten haben Uhr Uhr die Drucken wollen nicht so gut bekommt Prozent wo es noch nicht so gut geht Teils im Beispiel ich hab mir keine Ahnung was die ich wurde bestohlen oh Gott ohne Bumpe das war richtig schlaufe in ihm so und sie ist tot Hallo hier ist es zu sein ja wir sehen jetzt gleich okay das ist jetzt hier ich die Beine Oh nein, oh nein, oh nein Hallo Das und das und das und das ist aber trotzdem Oh, Alter Okay, das hier einsetzen So, jetzt soll ich die Banner mal einsetzen Ähm, da hab ich etwas mehr Platz Okay, gewonnen Und pfff, tot Oder so gut, die Kombination mit dem, äh, mit, äh der Schwarz-Hex und dem, äh Schwarz-Räder fürs erste Auto-Truppen vom Gegner ins Glätt und wann und dann einfach den Schwarz-Räder irgendwo versetzt, wo einfach keine Truppen gerade sind Die Schwarz-Hex ist doch so doch besser als ich dachte also durch die Bekommen Wenn ich so etwas viel Glück habe, könnte könnte ich, könnte ich nachher fünf schaffen, aber dann muss ich mich hochladen dann ist komisch, stimmt auch öfter da wird auch da Ne Erstmal schon nachher, äh äh 5 ich würde schon 6 an und und vielleicht sogar eine von der Schöne ja, level ja, level ja, ja, stimmt das ist schon einer, äh höher als sich bestimmt, ne also ein Freund auf jeden Fall schon Millen Leido nur u und hallo ich kann noch die Heulen benutzen ich hab definitiv einsetzen müssen und n also aber schon ja ein Buch mehr nun war es wieder zu machen wenig die auch wieder hier ein Letzter ich habe so ungeschaftlich er hat gewonnen und er hat mich klar dass das alle doch alle lieben noch mehr schluss Egal nur nicht zu kommen Barmherr und der Bedeutung ist die Tischen die Karten um und schmacht dem anderen Nürnberg mal so viel Platz mehr so und den Gulen muss schicken wer ohne und könnte ich einen kleinen Busch aufbauen die nicht ohne ein Konrad von einem die Züge die die nicht gehen nur ein die die Klima hat nur noch meinen Prozent Prozent meine die hat nur die Linie ich könnte fast schon gestorben neulich die falsche Karte eingesetzt nahe ich bin die Gefühle jetzt für mich dafür war wenn er mich schnell wie möglich hierher Altersprache ohne Karten die jetzt effektiv ist ja nichts ist hier effektiv ja und tut er schattet nicht zu sagen dass ich könnte in der Arena für den Pferdepark wir schaffen ein Fehler nun machen jetzt wird ich den Arena 30 dritt ja gut doch können kommen wollen dass sie niemand in den noch nicht das ganze stimmte sein können auch nicht hochen ja für die jubel verloren schon wieder und so auch schnell noch eine Karte wie ihr gegen diese Truppe könnte etwas anstellen aber konnte ich gerade nicht ich komme einfach nicht aber jetzt schon ja genau und genau in dem Moment tauchen sich alle drum auch wieder ja genau ja und sie lieben wir haben ihn über 30 hier nimmt ein noch ein Versuch vor Ort minus Prozent rund 30 Minuten übernacht jetzt schon in den Spielern so ein Bild ist jeder ist das nicht nicht ich bin wir wollen einmal wieder und daher hat auch noch gleich nachholen werden wurden dort aus Prozent in der Krieg er hat ihn nachdem die sie in die Idee die Sieg sieben ich bin ich spielte einzubauen heilung auch so schnell wie möglich meine karte hier schockte Hexer die sich der Grund um etwas zu tun ich kümmern ja war schon beim Spiel gut verloren ich bekomme einfach zu wenig klicks hier und verloren hier mehr die Werner mehr rexen sie haben morgen ich will auch der Anfänger für immer das beschissen da hoch hallo wir schaffen es gute Karten um und vor meiner habe ich mal Stärkung mann ganz kurz vor die Bombe jetzt noch was da hat die Achter so lang bis ich eine Karte habe aus der Sprüche oder so noch nur nun die nicht kostet und bar die wir gehen da und spät die Bogen schütteln nun wenn die jetzt nur nicht hin ich wollte das Kartoffeln nein Schopenburg hier ganz ruhig damit leben als ob der hat den Metamorf das kann nicht sein alter okay das muss ich nicht also ich wusste dass der Metamorf sich verordnen kann aber er kann sich sogar in eine gegnerische Karte verwandeln ja das ist nicht gut ich muss etwas aufpassen auf den Halt Forderung das wusste ich meistens nicht n aber ich hab sie gut wie geworden gerade oder nicht kaum sage ich es und ja okay doch das 5 das war ja nicht knapp wenn der Metamorf kann ich auch ein Gegner schon drüber und schon gewonnen auch kommt das hier geht noch so lange bis ich die Siegeskissen bekommen wieso nicht ja okay oder bevor ich noch in Erinnerung der Reihe zurückfall wäre auch nicht das Beste Mama also ich bekomme auch gerade ne richtig dumme Karten okay er hat auch äh Stärkung das ist nicht gut verdammt 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 nur nur auch Krieger und schon eine Heilung weil ich sie brauchen auch so das war nicht gut in den Nitzkenschein keinen Kurs aufbauen und auch n 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 Uo und Viktor Hohauer auf den schwarzen Zettel うわ disputieren das war nur schnell in Unterländer geblasen worden ich habe gewonnen weil ich doch nur noch die die Gäste auf die Triff der Ausdruck Nachmittag bis sehr hoch kam es fünf Minuten lang auch die Wälder Brad ist 2-200 Mal um 6 98 Gold Zwei Juwelen äh 36 mal die Skalate und viermal den Schneesturm doch nicht eigentlich nicht brauche auch das Gold das brauche ich Geld 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 und das gut ist ich kann Bogensch Schützen Sturm auf Level 7 yes haben die und Schlaft 142 Leben 155 und Zwei anstatt jetzt 36 Schaden 39 nicht läuft Ok das was wir in die Idee wenn es euch gefallen hat was eine positive Bewertung da Prozent des Nächsten ankommen damit Kritik und Infos dazu dass ich mich schon was und kommt Prozent abonniert mich so nix die die abonniert mich um die Kälte vom Passwort von mir und Prozent und ist auch nicht heute auch das Prozent wie die Bühne freuen sie sein Schöne und schafft das kleines Bestes hat uns gefallen okay das Video bei noch besorgt es bald und von Feiler was macht ihr noch die Schmiede der Wand hier mit einer Kamera die das eigentlich hier noch nur in die Länge und wie es euch Nr und die Mio wie sollt gehen das Video ist beendet so solltet ihr schluss noch das Video länger in die das Video länger ziehen ja ich werde euch das gefallen boah was ist das schon noch kurz in die Schupp ja ist wie so ne Schrott dran oh oh auch egal kommen die mir von mal ein paar Loll aus kommst die Bombe Mons von Buss und von Jochen mir schaden Anspruch wieder Paus und Gott ich habe 0 das was in die jetzt wirklich wir sehen uns das nächste Mal ich glaube nächstes Mal ein Stück Schatz die Serie und nicht wie gerade eine Minute überzogen und die Tschechel